Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto, welches am Anfang bei 1.021 Euro lag. Mittlerweile bin ich bei 1.300 Euro. Ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Startrate beträgt jetzt 20 Euro. Heute folgt Tag 6. Bisher habe ich 279,88 Euro gewonnen. Meine Staffelung sind 20,50 und so weiter. Schauen wir die Wirtschaftsdaten von heute an. Einige wichtige News im Australisch-Dollar, British Fund, der Eurozone, im Kanadisch-Dollar und im US-Dollar. Als nächstes suche ich einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Ich nutze 3 Standardindikatoren und 4 eigene Indikatoren. ... ... ... ... ... ... ... Das war's. Aktuell hatten wir zuletzt 10.45 Uhr, wichtige News. Momentan sind die Kurse relativ ruhig. 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 Ich steige im Währungspaar Euro-Yen ein. Ich bin jetzt einmal drin. Der Trade ist aktuell im Gewinn. Der Trade ist aktuell im Gewinn. Der Trade ist aktuell im Gewinn. Ich gehe davon aus, dass ich den Trade gewinne. Dann beginne ich wieder mit 20 Euro. Der Trade ist im Gewinn. Und dann beginne ich wieder mit 20 Euro. Und dann beginne ich wieder mit 20 Euro. Das steigt wieder. Die letzten beiden Trades sind aktuell im Gewinn. Den ersten Trade habe ich auch gewonnen. Genau. Noch 30 Sekunden. So. 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 bedeutet ich habe heute 154 euro und 80 cent gewonnen bin ich bei 434 68 ich wünsche allen ein schönes wochenende adios